Moment Ach ne, 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 da waren rote, da waren rote Blöcke, ja Den, den, den Zweitausgang gibt's erst, wenn wir den roten Scheiß haben Labyrinth Oh ne, oh nein Bitte, nein, bitte kein Labyrinth, das könnt ihr mir nicht antun Ich kann doch keine Labyrinthe, ich kann, oh, ich find doch nur nicht mal einen Weg in den nächsten Edeka ohne Navi Und es ist wirklich so, ich übertreib jetzt nicht, ich hab so ein absolutes Nullorientierungshirn Das ist nicht mehr feierlich Wo bin ich denn, ach du Scheiße Leute, das geht nicht gut, das geht gar nicht gut, das sag ich euch gleich Oh, zmiotrutschen Ne, da geht's nicht weiter, da brauch ich einen Peniswitsch Sag mal, habt ihr was geraucht da unten oder so? Party mit Bacardi, aber ohne Slacks hier, hm? Habt ihr mich wieder vergessen? Das ist mal... Oh, wahrscheinlich so ein Restore-Ding Alter, ist die Musik geil, oder? Warte, bis der Pinzkopf da oben weg ist, Moment, ich nehm das Ding nochmal mit Ja, oder so Achso, äh, oh, ja Komm in die Gänge, Puschel Wow Alter Gubbeli-Gubbeli-Gubbelinus Kannst du echt nicht machen jetzt Ich hab doch einen Abonnenten, der heißt Gubbel-Gubbelinus Grüße mal an dich an dieser Stelle, falls du mich überhaupt noch guckst Ich weiß es ja nicht Schon ewig nichts mehr, wie ich gehört Warte mal, in Röhre kann ich das Ding mitnehmen, oder? Ne Röhre funkt nicht Ja, und Und jetzt? Soll ich jetzt wieder hoch, oder wat? Oh Oh nein Slacksie, du epischer, du Da ist ein... Da war ne Geistertür Lecker ist das, ja Okay, aber ich geh jetzt erstmal den normalen Weg War das eigentlich ein roter Level? Gibt's hier zwei ausge... Na toll Ganz großes Kino mal wieder Will ich denn jetzt? This is one of the most challenging parts of the world You Ne Just be brave And don't stop until You clear the lava Wat will der? Auf jeden Fall geht's hier volle Möse auf Zeit wahrscheinlich Ja, aber sowas von, ey Ihr habt doch echt einen Spritz ab, oder? Abspacken mit Mario Nur beim Slacks TV Oh nein, bitte stopp, 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 die Füße werden schon heiß Guru, Guru Uff, Gott Guru, Guru Sie scheißen? Neh mehr Dum 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 Fragt mich nicht, ich hab... Ne Ne, ist echt nicht schön, Leute Ah, ne Fede, ne Fede, ne Fede, ne Fede, ne Fede Aber unter Wasser ist die Scheiße besser Kann ich sie nämlich alle abknallen, die Behinderten-Blindfische Ha, Blindfische, kapiert Ha, ha Ha, 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 ha Ha Schlechte Witze, Slacksie Schlägt mal wieder Doof Slacksie schlägt auch zu Ja, 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 ist ja gut Ich hab's ja kapiert, Mann Ah, ich muss da hoch Oh, scheiße, die Zeit läuft gegen mich Level machen Ende jetzt Bitte Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich bin hier Ah, was Ha Halbzeit erst Was habt ihr hier genommen? Ey, in 60 Sekunden schaff ich's niemals, Alter Alter Oh nein, da ist Saka's 55 Sekunden Noch ein paar Sekunden Oh Gott Okay, ich hab's geschafft Was ein Sprint, Mann Das war einmal wieder Boss-like Äh, mal Oh Gott Okay, und das ist gut Ah Ah, Bär Ich hab doch da noch was entdeckt Das Okay, es wird langsam spät Ich hab jetzt schon seit dem ersten Part Gnadenlos am Stück aufgenommen Konzentration lässt nach Außerdem lässt mein Alkoholspiegel wieder nach Das ist natürlich nicht gut fürs LP Oh nein Ihr seht, was ich meine Das wird meines Laxifans natürlich übelst enttäuschen Komm ich jetzt wieder hoch? Ja Aber ey, Leute Die Musik Die reißt's doch raus, oder? Könnt ihr sagen, was ihr wollt Aber die Musik Das Beste am Hack, oder? Okay, mal weg da oben Ich bin so dämlich Slagsy spielt mit dem Pilz Und lässt ihn gnadenlos in die Scheiße fallen Ja, ja Ist okay, Slagsy Mach du nur Du hast ein Rad ab Oh Behindie, Slagsy Ohne Scheiß So, hier war das doch, oder? Ja Jetzt bin ich doch wieder hier, oder? Oder ist das Hier was anderes? Ne, das ist derselbe Scheißgrad Ne, das ist was Doch, das ist derselbe Käse Hä? Äh Wo ist der? Ihr wisst schon Der Schlüssel und das Schlüsselloch Irgendwas läuft hier falsch Kein Gutes Gefühl Bei dem Käse Ey Irgendwas ist doch hier falsch gelaufen, oder? Egal Wir machen einfach mal weiter Mystery Mir What the fuck Also wenn ein Level schon Mystery heißt, ne? Ist ja eben eine Münze rausgekommen Krieg ich hier einen Yoshi? Ne Gut so Yoshi Bleib weg Caution Greenwater Is Highly Hazardars And make Cause Death Also Lava Bloß auf grün Bloop 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 Wow Stachelpiekser Pieks, pieks, Stachelpiks Bloop Ey Kannst mal Ey Also hier wirst du ja echt zugemüllt mit Powerups, oder? Mit Powerupen Grünes Wasser nicht gut, das hätt ich auch gleich sagen können Gubbeli, gubbeli, gubbeli Wie aber auch den Mund auf uns gemacht, guckt euch den Fisch an Hup, 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 hup Kommt hier jetzt eigentlich noch irgendwie mal was besonderes? Irgendwie so ein Yoshi von armen Schlagsel oder so? Mal zurückschießen, du Affe, ne? Ne, man Bloop Ah, da unten gibt's noch was Gibt's hier? Moment Wenn ich abgeschossen werde? Ach, ist egal Halt, wu- Achso, ich hab gedacht, da Secret Exit oder so Für mich, bitte Nein Pils Möööö Nimm so ein Ding Ja, ja, ja Scheiße, ich hätte es vielleicht doch lesen sollen Wir werden es nie erfahren Yoshi brauche ich vielleicht für ein Secret Exit Wow Langsam Keule Grüner Aha Und was war jetzt mit Yoshi Ah, verdammt, ich hätte das Leben so eine Scheiße Au, mir tut mein Ohr schon weh Au Ach nee, das war ja so eine Okay Äh, Piranha fort, das machen wir noch Äh, ich würde da aber echt langsam Aber sicher mal sagen Ich muss sagen, dass ich den ersten Break mache Und Aufnahmestopp technisch Denn Feuer Weil Baum Oh, das könnte... Ah, wenn knapp werden. Nö. Blub. Oh, ich wollte gerade sagen, mein Reitesel möchte ich aber behalten, mein Grün. Gefatter Gaul, ne? Wer kennt Gefatter Gaul? Leute, wer kennt Gefatter Gaul? Wer ist als erstes in die Kommis schreibt, kriegt einen Keks vom Slagsi. Und nicht googeln. Das zählt nicht. Obwohl ich glaube, wenn man Gefatter Gaul googelt, kommt trotzdem nicht das raus, was ich meine. Ich sage nur so viel. Er wurde mit einem Zeichenstift entworfen. Mehr gibt es nicht als Tipps. Also, Gefatter Gaul. Was rede ich denn überhaupt für eine Scheiße zusammen gerade? Ist meiner hier noch... Ja, da ist er. Yeah, das... Ey, wenn ich mich als kleiner mache... Wow, was geht denn hier schief? Kann ich da hoch? Äh? Yoshi kann auf den Dingern laufen? Ernsthaft? Geile Kiste. Ja, 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 ja. Okay, das müsste ich jetzt auch nicht. Ach, das wird nur eine Münze. Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Böp. Oh, mir ist so aufgefallen. Ich habe heute noch gar kein Resi hochgeladen. Na ja, was soll's. Wo kommt denn der Pilz? Hier kommt der Pilz ungefähr. Nein, es die... Scheiße! Eins, zwei, drei. Letzte Sluxy vorbei. Kann ich hier irgendwo mal safen? Ach, ist scheiße. Ich mache einfach ein Safe State and Safe. Ähm, Sluxy hat so ziemlich das halbe Spiel schon durchgezockt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Zu 90% wird dieser Abschnitt jetzt Teil eines... Parts? Wie war denn noch gleich mein Name? Nein. Ähm, was... Hä? Was wollte ich sagen? Ach ja! Einfach bis zum nächsten Part oder bis zur nächsten Sekunde. Je nachdem. Euer Sluxy. Tschüss!